Ab geht es auf die 178. große Insel und der Folge 532. Krass, oder? So, haben wir alles? Nee, die Angel habe ich nicht. Und das Geld habe ich nicht. Angel, Geld. Na gut, so viel einkaufen kann ich mit den bisschen Würfeln, die ich habe nicht. Muss ich auch konsequenter sein, die herzustellen. Oh, Quallen. Also, Quallen sind das einzigste Ereignis, was ich bekomme. Nee, mit den Möwen natürlich. Äh, die Gänse. Die Gänse. Die Gänse und die Quallen. Aber der Wal kommt bisher nur einmal. Die Delfine hatte ich einmal. Den Rochen hatte ich nur einmal. Die Schildkröten hatte ich nur einmal. Der ist gut drauf, die Jungen. Geht kontinuierlich auf die Schnapsteilzug. Ja, Alexander, habe ich mir auch gerade gedacht. Da beißt er mir noch in die Poppes. Schlapps geht los. Oh, guten Tag. Ich wollte den zweiten Fall noch abfeuern. Habt ihr das gemerkt? Oh. Oh. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich könnte es ja ewig zocken, gell. Ah ja, man hat halt so sein Lieblingsspiel, gell. So, da ist noch ein Lamele. Hat mich doch noch getroffen, der Babsack. Du bist ja voll auf Zack sogar dem Stein ausgewichen. Ja, Mann. Manchmal klappt es, gell. Stammtisch. 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 Ein kühles Radlaufentisch. Hey, Matze. Geil. Genau das Richtige bei der Hitze, oder Matze? Lut, Baby, Lut, Lut, Lut. In der Poppes. Das waren jetzt schon zwei Ausgrabungen. Jetzt fehlt noch eine. Rezept Barbecue, das haben wir schon. Ja. Nehmt euch alle mal ein schönes Radlauf vom Stammtisch. Stoßen mit euch an. Xisi, Alexander und Stammtisch. Und natürlich Matze an den edlen Spender. So, die nächste Geschichte, aha, super, ist hier. So, die nächste Geschichte, aha, super. Sag ich, was, was ich auch. Didi-di-di-di. Didi-di-di-di-di. Didi-di-di. Didi-di. Didi-di. Jetzt macht es internally. Bo DACZUHHH. Ein Loch ist im Ohrme, im Ohrme, im Ohrme, ein Loch ist im Ohrme, im Ohrme Karl-Heinz. So, was kann ich denn wegschmeißen? Palmsamen brauche ich nicht unbedingt, gut, das Rezept Barbecue brauche ich auch nicht unbedingt, das habe ich auch schon. Ich bin immer auch auf die Gaswerve. Auf die Gaswerve! Stehst? So, oh Neba. Ne, du musst mit, mein Freund. So, dann gucken wir mal, dass wir die nächste Ausgrabung hier noch bekommen und hoch noch mal zum Händler gehen. Die nächste Ausgrabung müsste auch da oben sein, so wie sich das gerade anfühlt. Richtig, Christian, mehr brache Arme. Äh, ein Ohrme und Eier. Ein Ohrme ist ein Loch. Guck mal, wir gehen mal den offiziellen Weg mal hier hoch, den bin ich auch noch nie gegangen. Ich komme immer von da oben. Warum? Weil? Ich glaube, weil er einfach schöner zu laufen ist. Aber der ist auch schön hier, der Weg, gell? Vielleicht soll man den eher laufen. Schwarz ist nicht. Guck mal, jetzt sind noch ein paar Blümchen. Oh! Drop it like it's hot. Rote Beere gedroppt. Rote Beere gedroppt. Eier braun, Eier. Oh! Tiki, Tiki! Die natürlich wieder nicht mitnehmen kann. Ja, dann schmeiß das doch weg. Ist doch nicht schlimm. So. Eine Tiki, 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 Tiki. So. Now we are full. My friend. Jetzt müssen wir doch wieder runde laufen. Hast du die Tür inzwischen zu, wenn du Eier braun? Ne. Aber schnell. Ich glaube, der Jens macht schon freiwillig dann die Tür zu, wenn er hier ist. Er lässt nicht mehr die Tür auf. Der Weg erinnert mich ein wenig an die Berge. Noch 58 Tage. Ja. Ja. Ich glaube, ich muss mehr kurz nach dem Rechten schauen. Da oben geht die Party. Manual Carmen. Das ist doch klar, so die Pilzen zu holen. Ja. Ich bin der Urlaub. Ja. Ich bin der Glanz. Ja. Ich bin der Glanz. Ich bin der Glanz. Was machst du Jens mit der Mietung mit einer offenen Tür? Ach guck mal, ich habe da noch hier mein Loot drin, den muss ich ja auch noch wegsortieren. Ach du heiliger Strohsack. Den haben wir ja ganz vergessen. Den habe ich ja ganz vergessen. Den Loot. Oh, ist das schön, oder? Solange ist der Wal doch gar nicht da, wie die Quallen da sind. Vielleicht ändern sie das auch noch, das wäre cool. Was, wir? Wir? Na, nicht ihr, Christian. Da oben geht die Party. Ich komme schon jetzt am aller, aller schnellsten da hoch. Es geht nur so, wie ich gerade hochgehe. Einmal rum, das muss ich halt machen, ne? Also, alle drei Ausgrabungen haben wir schon mal gemacht. Jetzt geht es darum, zum Händler zu gehen, noch ein paar Bäumchen zu hacken, zu angeln und die Super-Loot-Stelle unter Wasser, die möchte ich mir auch noch gerne abgreifen. Wenn ihr nur nicht wisst, wo die Super-Loot-Stelle ist, dann bleibt dran. So. Und für solche Strecken, für solche Inseln ist es natürlich schön, wenn man sich dann dieses Essen gemacht hat, um schneller laufen zu können, ne? Aber das sind halt Schönheitsgeschichten. Muss nicht sein. Kann man machen, ne? So, jetzt laufe ich aber da hinten mal hoch. Wissen will, aufmerksam. Welches Essen? Schneller laufen ist der Deluxe-Wels, Nikolina. Wenn du den Deluxe-Wels, also das Rezept vom Deluxe-Wels gefunden hast, dann weißt du, wie man den macht. Oder du schreibst es dir gleich ab von mir. Ha, ha, gerne. Guck mal, wie schön das immer ausschaut, wenn unser Raft dann so in so einer großen Insel steht, oder? Voll der Traum. So. Jetzt hat uns natürlich Akkorichi wieder gesehen. Euschen nehme ich auch noch mit. Oh! Eine Kiste mit Silbersmoothie. Das ist doch das, was ich noch nicht hatte, ne? Wir haben Silbersmoothie gefunden. Da! Eine Banane, eine Mango, eine Milch und eine Silberalge. Gut, gell? So. Das bedeutet, erst mal hier wieder Angelzubehör kaufen. Ich bin aber gerade um überlegen, weil wir hier auf der Insel fertig sind, ob wir schon mal auf unser Fluss noch immer gehen. Und während wir angeln, kann man ja noch mal Staubsaugionieren, ne? Unten im Keller. Oh, hier liegt auch noch was. Also diese Insel, die hat mega, mega guten Loot. Also wenn ihr auf diese große Insel trefft, dann habt ihr einen Jackpot. Einmal gibt es viele Tiere, es gibt viele Bäume, es gibt viele Blumen. Es gibt ja auch eine große Insel, da gibt es zum Beispiel gar keine Blumen. Es gibt Bären, es gibt Pilze, es gibt Schmutz. Es gibt Fische. Und unter Wasser eine mega coole Super-Loot-Geschichte, die sich echt rentiert. Bei mir sind es jetzt 30 Grad. Ich denke, 2 Grad geht es heute noch hoch. Uiuiui. Laut meiner Anzeige habe ich 27 Grad. Die Sonne scheint gar nicht mal so doll. Alexander. Schmutz, bloß weg. Hashtag Raute kostenlose Sauna. Ja. Da könnte man nämlich jetzt das erst mal wegsortieren. So, ne? Das hauen wir mal kurz hier rein. So, und jetzt könnt ihr nämlich angeln und in der Zeit eure Netze halt sauber machen, ne? Das machen wir jetzt mal. Oh, da ist aber schon ganz schön viel was reingekommen. Das ist nicht schlecht. Ohne Schlüpper ist doch schon 22 Uhr, oder? Klar, Matze. Klar. Ja. Ich friere fast. Lol. Gwen! Prost! Klung! Im Zimmer sind jetzt 24 Grad. Oh, das ist cool. Du wirst es nicht glauben, ich habe sogar kalte Füße. Also bei mir ist alles in Ordnung jetzt auch gerade hier. Ich habe rechtzeitig das Fenster zugemacht. So, jetzt bin ich aber voll. Jetzt bin ich aber voll. So, das kommt da rein und das da kommt hier rein. und der Rest wird zu Seil verarbeitet. Kommt auch hier rein und das Plastik kommt hier rein. Wunderschön! Und weiter geht's. 22 Grad hast du es nun, Nicolina? Okay, cool. 22 Uhr. Habe ich 22 Uhr gehört? Warum bin ich noch im Amt? Warum hat mich keiner geweckt? Meine Köpfe-Kiste? Oh, die habe ich verteilt. Also ich benutze Köpfe auch zum Kraftstoffherstellen. Rx. Ich habe ein paar Köpfe behalten als Trophäen oder auch so zum Aufziehen. Aber ich habe schon fast alle verbraten. Ich habe 28,5 in der Dachwohnung. Aber ich sage, dass alle Fenster auf sind, Durchzug. Wenn ich rausgehe, dann steht die Luft förmlich. Okay, krass, Daniel. Ja, manchmal ist es dann doch ganz gut, dann doch aufzumachen. Gerade wenn du merkst, du hast dann sogar bessere Luft, gell? Oh, wir droppen. Wir droppen like it's hot. Alles planken. So, die Kiste ist voll. Das heißt, ich tue hier mal ein bisschen Holz raus, dass wir die Holzkisten wieder füllen können. die durchs Bauen leer gegangen sind. Ich wollte schon sagen, kaputt gegangen. das liegt nicht im Netz, deswegen ist es nicht mitgenommen. was, 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 was? Ich wusste schon immer, die Chefin ist eine Sadistin, wenn sie Köpfe sammelt. Hahaha, Matze. Ja, bin ich. Wo ist mein Kopf? War Zockersotter verbraten. Ja, du musst aufpassen auf deinen Kopf, Armbrick. Musst du aufpassen. Der ist schnell weg. Hm. 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 Ich hab gleich So, dann sind wir hier durch. Dann geht's hier weiter. Und das kannst du halt schnell während so einer Angeltour machen, ne? Dann gibt es bald Kopfsalat. Richtig, Brett, ja. Bald gibt's Kopfsalat, ja. Schlagt euch alle zum Essen ein. Ich hab einen meinen nur zum Haareschneiden, der ist nicht zu gebrauchen. Bist du die Sicher, Matze? Ich verzichte drauf, trotzdem danke. Okay. Wie sagt man immer so schön, wer nicht will, der hat schon, ne? So. Und weiter geht's. Zack. So. Und ich glaube, jetzt sind wir es. Dann haben wir auch mal wieder Staubsaug regioniert. Das ist super. Das ist super. Die Kisten, sie gehen also wieder voll. Und ja. Ich habe noch nie Kopfsalat gegessen. Echt? Tja, da musst du mal kommen. Oh Gott. Ich habe Hannibal Lecter Kopfkino, ey. Zweite Teil. Boah. Ei, wann ist es dann endlich soweit? Schrott. Ähm, Schrott. Steine. 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 Das ist unser Müllorme. Ah ja, habe ich auch schon was drin. Sist da? So, jetzt wird noch das wegsortiert und dann sind wir es. dann können wir auch wieder auf die Insel gehen. Kopfkino, Achtung, Deckel auf und nasch. Ja, genau. Genau. So, haben wir noch Eier? Ne, wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier. Eier. Ja, man braucht langsam ganz schön lange bei den großen Inseln, wenn man den Händler noch mitnimmt, mit dem ganzen Angeln. Da hat man schon ganz schön was zu schaffen. Oh ja, wie bei Indiana Jones da auch, genau, Daniel. Oh ja. Oh ja. So. Och, ihr seid ja immer noch da. So, jetzt zeige ich euch kurz die Superloot-Insel. Äh, die Superloot-Ecke. Also das ist die Superloot-Insel, aber jetzt zeige ich euch den Superloot. Der liegt nämlich auf dem Weg. Okay, das war sinnlos. Was ich jetzt gemacht habe, war sinnlos. Schwimm mal ein bisschen durchs Wasser. Also ihr habt ja gesehen, wie ich immer hochgehe, ne? Ich zeige euch das gleich mal. Also hier, ne? Das ist doch die Stelle, wo ihr von beiden Seiten nach oben kommt. Na, also hier ist der Aufgang. Racka! Und hier geht's auch hoch, ne? Hier ist die Höhle. Hier oben ist der Händler. Ne, da ist der Händler. So, ne? Und genau hier ist der Superloot. Geht am besten von hier rein, weil da gibt's natürlich auch Fische. Weil hier ist der erste Fisch. Oh, ich finde das ja cool, dass die so Fische hingetan haben. Oh, ist ja so schön. Hier ist der erste Fisch, Leute. Der so ein bisschen verbackt da oben rumirrt. Seht ihr das? Schwimmt der eigentlich normalerweise nicht. So. So, Fisch Nummer 1. Der Gesichtsälteste verabschiedet sich den Feierabend. Also theoretisch. Tausche nur meinen Chef aus. Gibt's morgen noch einen Spontan-Stream? Ja, morgen geht ja nicht, Christian. Morgen haben wir großen Geburtstag. Deswegen kann ich euch das definitiv fast 99% sagen, dass ich jetzt die restliche Woche leider keine Zeit mehr habe. Eventuell am Sonntag. Und das merkt ihr ja dann, wenn's so spontan dann, weißt du, passiert. So. Hier gibt's auch noch eine Silberalge mitzunehmen. Hier hinten ist noch ein Fisch. Den könnt ihr auch wegmachen, da ihr in Sicherheit seid. Dann mach's gut, Christian. Wenn wir uns nicht mehr sehen, bis nächste Woche. Ja, Mann. Bis dann. Ich hätte mir noch einen Haken mitnehmen müssen, nicht, Depp, ne? Zum Klassentreffen. Oh, das ist aber schön, ey, X. Mach das. So, und hier ist eine Markierung. Guckt mal. Hier ist eine Markierung. Hier. Und da müsst ihr runter. Und guckt mal hier. Kupfer. Metall. Oh. Oh, ist das schön. Und Kisten. Mit roter Melone drin. Und hier könnt ihr jetzt halt alles mitnehmen, ne? Wenn ihr natürlich einen Haken dabei habt. Nicht so wie ich. Die wieder was machen will und ist nicht vorbereitet, ja. In Warnam seid ihr aber auch gut vorangekommen. Ja, Daniel. Richtig, richtig gut. Aber da wollen wir auch diesmal... Wir haben teilweise jetzt ein bisschen getrödelt. Äh, komm, ich komm aber jetzt langsam rein. Ähm, also das mit der Gemütlichkeit und so. Also das muss man erst mal halt, ne? Muss erst mal in einen wachsen. Dass es halt so verschiedene Sachen gibt, die muss man halt machen in Warnam, damit man halt besser vorankommt. Und ich glaub, wir sind echt auf einem guten Weg. Mit einem kühlen Radler auf die Couch legen und zugucken. Oh, Matzo. Schön. Ein Traum für jeden Rafter, ja. Ist eine schöne Ecke hier. So. Hallo, Herr Händler. Verkaufen, 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 verkaufen und verkaufen. Ähm, Vogelscheuche brauche ich keine mehr. Und das war's schon wieder, ne? Zu kochen... Zu kochen... Hab ich ja. Ja. Also eine Traum-Loot-Stelle, Leute. Ja, du musst es, Nicolina, du musst das erforscht haben, dass du Honig herstellen kannst. Und wenn du das hast, dann brauchst du Glas dafür. Also Glas und Waben erforschen und dann müsstest du eigentlich den Honig herstellen können. Das hast du. Und wieso kannst du es dann nicht? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Also normalerweise... Das hört sich immer so blöd an. Normalerweise, ne? Es ist halt so, dass du... Dass du die Honigwabe brauchst und Glas. Und wenn du die zwei Sachen erforscht hast, dann kannst du Honig herstellen. Vielleicht... Also Honigwabe hast du, Nicolina, ne? Hä, woran kann das liegen, dass du das nicht kannst? Normalerweise kann man das dann. Warst du schon an deinem Forschungstisch? Vielleicht musst du noch den Button drücken, dass du es herstellen kannst. Also, dass du wirklich das dann erforschen kannst, den Honig. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Wie mir, Kate! Ja, push the button. Genau, Matze. Push the button. Doch schneller wieder da. Schön, Kate. Ach, nicht gefunden. Habe es nicht unter Ressourcen vermutet. Danke dir. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Und diesmal müssen wir wirklich konsequenter sein hier mit der Wolle. Ah, die Batterien sind schon wieder leer, sehe ich. The batteries. Ah, empty, my friend. Und so, dann tun wir das mal, weil wir es können. Einmal so und einmal so. So. Ah, okay. Nee, 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 Rx. Wenn du keine Milch brauchst, brauchst du die auch nicht melken. Das ist nicht schlimm. Ich melke die ja auch nicht, wie du siehst. Okay. Da, den Pieks, ey. Davon habe ich so viele. Du kommst da rein. So. Okay. Also Batterien. Zwei leere Batterien. Hier ist eine volle. Ja, gerne, Rx. Alles gut. So. Und flop. Und flop. Und flop. Zack. So. Jetzt haben wir neue Batterien am Start. Musst ich eventuell runtergehen und wieder austauschen, muss ich nicht. Dann. Zack. Und. Zack. Hier haben wir noch die Münzen am Start. Okay, also angeln müssen wir, glaube ich, in Zukunft weniger. Ich glaube, ich muss nur diese Müllwürfel mehr herstellen. So, ein Haken ist da nicht drin. Da muss ich mir einen neuen nehmen. So, alles Chlor. Dann. Ja, können wir noch mal einmal scheren. Die Batterien kommen noch mit dazu. So. Ich meine, jetzt dadurch, dass du nicht mal mehr Kraftstoff brauchst, um die Batterien wieder aufzuladen, hat man ja noch mehr einen Grund, die Tiere nicht verhungern zu lassen, quasi. Also ich sage, ich sage verhungern, klar, die können nicht verhungern, aber die haben halt dann so einen hängenden Kopf und das sieht halt ganz furchtbar aus. Und wenn die einen hängenden Kopf haben, die verhungern ja nicht mehr, das war früher so, die verhungern ja nicht mehr. Ähm, aber es sieht halt ganz furchtbar aus und die produzieren halt dann in dem Moment nix, ne? Die Hühner bringen keine Eier, die Lamas keine Wolle und die Ziegen keine Milch. Juhu, Johanna! Die Münzen gehen weg, wie sonst was. Hatte mehr Münzen als du und hab ein paar Mal ohne Angeln getradet und sie waren weg. Oha! WB FX! Okay, hier muss ich mich nicht um die Batterien kümmern. Das kommt einmal weg, das kommt einmal da hin. Ähm, jetzt müssten wir einmal wieder losfahren, weil wir hier eigentlich fertig sind. Die Super-Loot-Stelle, die muss ich nicht unbedingt auseinandernehmen. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt lang genug weg gewesen, um Varuna Point, ne, vielleicht neu eingeben zu können. Was haltet ihr denn davon? 9, 2, 6, 3. Wir probieren es jetzt zum 50. Mal. 9, 2, 6, 3. Ach so, ist schon. Okay, perfekt. So, dann... Oh nee, warte mal, das lasse ich laufen. Ich kriege gleich eine neue Batterie. So, dann... So, hier übrigens auch nochmal die Punkte, ne, jetzt seht ihr es. Grün sind große Inseln, blau sind Destinations und diese Location haben wir hier anvisiert. Deswegen müssen wir uns einmal kurz rumdrain. So, Varuna Point. So, Varuna Point. Also, wenn das jetzt nicht nachgespawnt ist, dann glaube ich, habe ich eindeutig einen Bug. Was anderes, was anderes, was anderes begreif ich doch nicht. So. So, zwei kommen wieder da rein. Zwei kommen wieder hoch. Ist deine Stadt leicht zu steuern? Ja, das hat nichts mit der Größe zu tun, Johanna. Gott sei Dank. Da lässt sich jedes Schiff eigentlich gleich manövrieren, steuern. Essen. 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 Spielstand spiele ich alleine, Johanna, ja. So. Flupp. Rezept Erdbeerkollada haben wir schon. Silbersmoothie. Erdbeerkollada, genau. Silbersmoothie kommt jetzt hier noch hin. So. Barbecue kommt weg und rote Melone kommt weg. So, dann haben wir hier unser Fleisch. Beeren. Pilze. Ditte. Zack. Oh, jetzt muss man einfach nur noch auf da drauf gehen, hier auf diesen Nupsi, ne. Das ist so schön. Silberalge. Dann haben wir die nächste Sache wegsortiert. Oh, oh. Oh. Knappe Geschichte. Oh. Oh. Ach so, ja, Nicolina, klar. Warte. Deluxe-Wels, um schneller rennen zu können. Eine Rübe oder Kartoffel, einen Wels, einen Pilz und eine Chili. Oh, hoch Achtung zum Bau bei der schönen Stadt. Oh, der schönen Stadt. Dankeschön. Ja, gut, dass das, das kam, das kam pöpö, gell. Das, das, das machst du normalerweise nicht innerhalb von drei Stunden oder so, gell. Mit Update zu Update hast du halt immer mehr geguckt, okay, wie kannst du dein Wrath verbessern, ne. Oder verändern. Nicht unbedingt verbessern, aber hast du ja auch Lust auf Veränderungen, ne. So, dann sollte das doch wieder passen. Kommen wir doch jetzt schön an der Inselrand vorbei. Okay.